Ich begrüße euch alle ganz herzlich hier in den 17 Quadratmeter. Wir sind drei Künstler aus Marburg und Region, der Georg Nertin, der Rainer Lata, mein Name ist Katrin Fömse und wir betreiben diesen Raum seit Sommer 2019. Wir machen hier Ausstellungen, Diskussionsveranstaltungen, Lesungen. Ab und zu hat es auch schon mal Musik gegeben. Das hätten wir gern ein bisschen öfter, aber das ist nicht so einfach. Wir sind keine Produzentengalerie im herkömmlichen Sinne, weil wir uns selber fast nie ausstellen. Also vielleicht einmal im Jahr vor Weihnachten oder so, aber eigentlich stellen wir Kollegen, Kolleginnen aus, die wir über Ausstellungen kennenlernen, über Messen oder auch übers Internet, über Facebook. Wir sind komplett privat organisiert, sozusagen. Wir sind kein Verein. Wir sind nicht gefördert und sind komplett freischwebend. Also, wenn Künstler bei uns ausstellen, die müssen keine Miete bezahlen oder die müssen sich nicht irgendwie an Kosten beteiligen. Wenn Arbeiten verkauft werden, geht der Betrag zu 100 Prozent an die Künstler. Wir nehmen also keine Provision. Jetzt begrüße ich dich noch mal ganz ausdrücklich und ganz herzlich und freue mich, dass wir hier deine Ausstellung heute eröffnen können. Lutz Freier hat Freie Kunst studiert in Düsseldorf und Kassel. Er arbeitet als Bildhauer mit raumbezogenen Arbeiten, oft zusammen mit Silvia Freier, und macht Performances, die dann als Videoinstallation zu sehen sind und macht aber auch immer schon Zeichnungen. Die beiden, also Lutz und Silvia, betreiben zusammen seit, jetzt weiß ich nicht ganz genau, sechs Jahren, fünf Jahren ungefähr, das Fugenottenhaus in Kassel, von dem ich immer schwärme und von dem ich jedem erzähle, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Ein wunderbares Ausstellungshaus, das leider nur im Sommer geöffnet ist, weil es keine Heizung hat, aber das schon mal als kleiner Kulturtipp. Nächsten Sommer wird vermutlich doch es weitergehen und was stattfinden. Also Ohren offen halten, Augen offen halten und dann dahin gehen. Hier bei uns ist der Lutz jetzt mit Zeichnungen vertreten, alles im gleichen kleinen Format, alles auf dem gleichen leicht graustichigen Papier. Und da sind Menschen und Tiere und Pflanzen. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, nur ein einziger unbelebter Gegenstand, nämlich der rote Eimer, da hinter dir hängt er und er steht in der Mitte des Raums. Der taubt ganz oft aus in den Videoinstallationen, die du machst, in den Performances. Was es mit dem Eimer genau auf sich hat, weiß ich nicht genau, aber da kannst du es ja nachher noch ein, zwei Worte zu sagen. Aber selbst wenn so ein belebter Gegenstand auftaucht in den Zeichnungen, ein Unbelebter, hat man den Eindruck, dass er doch irgendwie ein eigentümliches Eigenleben führt hinter den Kulissen. Ich habe die Ausstellung gestern zum ersten Mal gesehen. Ihr habt ja am Donnerstag aufgebaut und ich musste dann weg, bevor ihr fertig wart und bin gestern hier zum ersten Mal dann, als alles fertig hing, durchgegangen. Und als ich so durch die Bilder gewandert bin, sind mir ganz viel so Gegensätze oder Gegenüberstellungen vielleicht besser aufgefallen. Also vorne und hinten, oben und unten, schwarz und weiß, hart und weich. Da gibt es jede Menge Personen, aber auch Tiere. Bei den Personen gibt es Spiegelbilder und Doppelungen und überlagerte Gesichter. Wo man nicht weiß, sind es zwei Leute oder ist es eine Person in, ich weiß nicht, verschiedenen Daseinszuständen vielleicht oder so. Dann gibt es Tiere mit harten Konturen und weißem Fell. Bei manchen, manche der Figuren führen irgendwelche Handlungen aus oder Tätigkeiten, die aber nicht so eindeutig zu erkennen sind, was die da eigentlich machen. Sowas liegt mir ja sehr nahe. Das mag ich sehr gerne, wenn man was anguckt und verwirrt ist und nicht weiß, was da passiert. Weil wenn man verwirrt ist, dann ist man sozusagen offen für alle Möglichkeiten. Das gefällt mir gut. Öfters ist mir aufgefallen, taucht auch so eine Art Grid auf, also so ein Raster bestehend aus Punkten. Die tauchen, ich glaube, drei- oder viermal auf. Und das hat mich erinnert an so Punktraster, die in der Kartografie manchmal verwendet werden, zur Orientierung. Und dann habe ich überlegt, wenn das zur Orientierung gedacht ist, wer orientiert sich denn da? Orientiere ich mich als Betrachter oder orientiert sich die Person in der Zeichnung? Offene Frage ohne Antwort. Wahrscheinlich ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass der Ausstellungstitel grammatikalisch nicht korrekt ist. Das ist aber Absicht. Ja, also UMI heißt ja wörtlich übersetzt, also korrekt übersetzt, Du bin ich. Das würde man ja so nicht sagen, eigentlich. Das spielt aber, genau wie ganz viele Zeichnungen von Lutz Freier, spielt das mit dem Betrachten und Verschieben und Auflösen von eindeutigen Grenzen und Zuordnungen. Und so passiert es halt auch in dem Titel. Denn wenn man das oben von unten betrachtet und das vorne von hinten und das Ich vom Du, wer bin dann Du und wer bist ich? Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Und jetzt gibt es eine kleine Performance von Wurt. Ich bin Du und Du bist ich. Wir sind ein Paar. Das sagt sich oft so leicht. Wir sind eine Ehe oder wir sind Freunde. Oder sogar der Söder umarmt Bäume auch. Könnte man denken, boah, super, ja. Würde er mal lieber die Menschen umarmen als Bäume, wäre er in dem Fall besser. Irgendwie. Und da gibt es ja viele Unklarheiten auch drin und Unverfassbarkeiten auch drin. Also zum Beispiel, ich gucke gerade auf diese eine Zeichnung hier, da ist oben hingeschrieben Animo. Also das Ani sieht man, das Mo nicht. Es geklaut. Also diesen Begriff, das ist ein französischer Philosoph, der sozusagen Wortspiel macht. Also Mo heißt Wort. Und wir kennen das Wort Anima oder Animal, ja. Das ist ein total spannendes Wort. Anima heißt eigentlich Seele. Und wenn man älterer denkt, sind wir beim Tier. Und durch Markus Gabriel wissen wir ja, naja, der hat ja die Frage beantwortet, ist der Mensch ein Tier? Markus Gabriel, das finde ich sehr schlau, ein Philosoph, ein junger Typ, sagt, ja, der Ringe ist ein Tier. Wie zu erwarten, wahr, ja. Aber er ist das einzige Tier. Und das, was wir mit diesen Wesen machen, die wir Tier nennen auch, also was wir da alles drauf projizieren. Also wir sagen zum Beispiel zu einem Tiger sagen wir Raubtier, ja. Das ist doch kein Raubtier. Ein Tiger ist, der ist, ja, eben andere Sachen wie ein Hase, ja. Deshalb ist der Hase wie der Tiger, das gehört zum Tigersein dazu. Das ist tragisch für eine Antilope, die hat andere Ideen vielleicht zu ihrem Leben. Und das ist zum Beispiel eine Zeichnung, der Hintergrund dieser Zeichnung ist die Unfassbarkeit eigentlich unserer eigenen Animalität oder unserer Anima, der Seele. Also was ist die Seele? Wie weit reicht die denn? Oder du hast eben auch gesagt, was hat es mit diesem Eimer auf sich? Das fing eigentlich mit Humor an. Also bei der letzten Documenta gab es ein ewiges Schweigen aufgrund einer Bildecke, wo ein wirklich blöder antisemitischer Inhalt zu sehen war. Also muss man drüber reden, kann man nicht vernachlässigen, aber die Leute haben darüber geredet, wie wenn sie über das ganze Bild reden. Und das ist nicht okay. Also wenn ich gefragt habe, du, was war denn noch drauf, also wie viele hunderttausend noch Tote, indonesische Widerstandskämpfer und Kämpferinnen waren auch mit erwähnt, die haben wir einfach im Grab liegen lassen und wir haben berechtigt, aber eben dann wiederum unberechtigt nur über diese Stelle geredet. Und das passiert ja dauernd. Und in dieser Notwehrsituation habe ich sozusagen den Eimer mir geschnappt und habe gesagt, du Eimer, da habe ich ihn noch mit EER gesprochen. Also Eimer, also der stand neben mir, das im Hugenottenhaus bei dieser Erste Hilfe Ausstellung stand der da. Da war es eigentlich ein Eimer. Und dann habe ich mit dem Eimer geredet und habe ihn gefragt, ob er denn das okay findet, dass da so die Frau Schormann und die Documenta GmbH, die nächste Documenta wird übrigens eine Raketenstation, das finde ich nur so eine süße Metapher von dem Dr. Andreas Hoffmann. Und die Documenta 16 wird eine Rakete. Also das heißt, wir sind jetzt durch die Aufrüstung so weit gekommen, dass diese Metapher einer Rakete hat es sozusagen in die Kunst geschafft. Auch darüber müsste man reden oder mal hinfühlen. Jedenfalls zur Documenta-Zeit habe ich mit diesem Eimer geredet, weil es war sonst auch keiner da. Und dann hat er auch geschwiegen und dann habe ich gesagt, na Eimer, also ob Schweigen hier weiterhilft. Und aus dieser eigentlich kleinen Episode ist eben UMI, also das heißt, weil der Stefan Haber erzählt, dieser Mann da, der uns jetzt filmt, der hat gesagt, Mensch, das ist ein süßes Filmchen, mach doch weiter. Und durch diesen Impuls habe ich weitergemacht. Also es ist nicht mein Impuls und das ist ja oft so. Also man hat einen eigenen Impuls und dieses wechselseitige, also das Separieren haben wir alle, das kennen wir alle. Also mich hat übrigens mal jemand gefragt, ob ich wüsste, was Kunst ist. Und da habe ich gesagt, ja, ich kann dir ja nur nicht mal den Baum erklären. Und dann, hey, wieso, das ist ein Birnbaum. Ich sagte, ja, das ist ein Birnbaum. Die Blätter tauschen sich aus mit dem Wind, dem Wetter, dem Regen, mit der Sonne, Photosynthese, haben wir alles gelernt in der Schule. Jetzt gehen wir den Kabbeln, wir die Äste lang, den Stamm runter, sind wir im Erdreich und im Erdreich, Wahnsinn, was da passiert. Feinst würzlichen, haben einen Austausch mit irgendwelchen Ritzeln und Rizoonomen und Pilzchen, um überhaupt sich ernähren zu können. Und wie ich so klug mein ganzes Schulwissen da sozusagen auspacke, oben rum und unten rum, fällt mir plötzlich ein, dass ja ich ein Mensch bin, der diesen Baum beschreibt. Also in Menschensprache fasse ich diesen Baum und dieser Baum, der spendiert uns ja sauer. Also jetzt nicht nur dieser Spezielle oder so, sonst wäre es jetzt schlimm, der steht in Italien, dieser Baum, Birnbaum, sondern überhaupt die Bäume. Und damit meine ich auch die Algen und auch die Blumen und so. Und wenn die weg wären, wären die auch weg. Also war das Ende von meinem Lied, wo ich eigentlich sagen würde, ich kann diesen Baum nicht beschreiben, die Kunst schon gar nicht, war, dass ich ein Baum bin. Also nicht wie der Söder, wir umarmen den Baum, ansonsten ist er uns egal, wir rasieren den weg und bauen Tiefgaragen, wo Bäume stehen. Gibt es nämlich auch an vielen Städten, das war jetzt nur eine Andeutung. Also kann ich sagen, und zwar das ist nicht eine Metapher, das ist nicht Poesie, sondern das ist eine existenzielle Realität, dass wir auch diese Bäume sind. Also UMI, also ich kann zu dem Baum das auch sagen. Es ist kein Spaß. Ja, und das ging mit dem Eimer immer so weiter und plötzlich war es kein A mehr, sondern ein A, weil ich plötzlich verstanden habe, dass ich auf eine bestimmte Weise mit diesem Eimer kommuniziere oder er mit mir, sie mit mir. Und ab da habe ich ihn ein A genannt, mit einem A hinten. Der hat auch ein Geburtsdatum, das habe ich mit einer Freundin mir ausgedacht. Und wann dieser Geburtsdatum ist, ist es 29.25.2022. Da hat er Geburtstag, ist eineinhalb Jahre alt, glaube ich, der Eimer. Und ich lerne tagtäglich von diesem Eimer irgendwie. Also der ist sozusagen alles andere als einfach nur ein Eimer, sondern es ist eigentlich auch ein Raum. Und wo ist der hier, in mir, in uns, in euch. Und das ist sozusagen etwas, was ich weiterhin auch noch, deshalb ist der jetzt auch da. Der Eimer ist mir wichtig, der ist jetzt da und jetzt, genau. Und jetzt, genau. Und jetzt, genau. Ja, Ausstellung ist eröffnet. Und jetzt, genau. Und jetzt, genau.